Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung der neuen Netflix-Animeserie Terminator Zero. Die seit dem 29. August bei Netflix verfügbar ist. Dieser Podcast startet aus Embargo-Gründen am Starttag, aber wir konnten die Serie tatsächlich schon relativ früh vorab sehen. Und mit wir meine ich einmal mich, hallo, ich bin der Stu und dann haben wir noch den Johannes dabei. Hallo Johannes! Hallo, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ein Mensch bin. Das hoffe ich sehr. Wir sind uns noch nie persönlich begegnet, aber eins kann man sagen, wenn du eine KI sein solltest, dann hast du die bislang überzeugendste KI-Stimme, die ich gehört habe. So viel Lug muss sein. Das finde ich gut. Ich meine, es gab ja schon einige Podcasts, wo ich emotional wurde und das kann ja KI eher nur vorgaukeln. Oder auch nicht? Oder hat KI doch Gefühle? Vielleicht werden wir am Ende dieses Podcasts schlauer sein und können dich vielleicht besser ordnen. Vielleicht bist du auch ein neues T-1000, 2000, 3000 Modell. Wer weiß es schon. Vielleicht bist du auch nur hierher gekommen aus der Zukunft, um den Tele-Stammtisch zu vernichten. Wer weiß. Ja, ne? Tele-Stammtisch, Terminator-Stammtisch, das ist nicht so weit entfernt. Ja, da hast du recht. Hm. Okay. Ihr Lieben, falls ihr es nicht mitbekommen habt, Terminator Zero ist, wie gesagt, eine Anime-Serie. Acht Folgen, ich würde sagen, jede Folge geht so netto 22 bis 25 Minuten und wir konnten uns alle Folgen vorab ansehen. Bevor wir jetzt mal genau erklären, worum es geht und warum die Serie vielleicht gut, schlecht oder so mittel ist. Lieber Johannes, nicht die Frage, Terminator ist ja nicht unbedingt mehr so das allergrößte Franchise, aber es ist ja immer noch trotzdem ein sehr bekanntes Franchise. Wie stehst du denn zu dieser Reihe? Ja, ich bin ja 92er Baujahr und habe bis jetzt, glaube ich, tatsächlich, ich glaube, ich habe nicht mal einen Terminator im Kino gesehen. Bin ich am überlegen. Oder ich habe Genesis im Kino gesehen vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Gleich die Besten, finde ich gut. Gleich die Besten gesehen, das ist super. Ja, aber habe ich Dark Fate im Kino geguckt? Ich glaube nicht, oder? Das könnte sein. Ich bin mir nicht sicher. Aber es sind ja nicht die besten Vertreter. Also gefühlt ist es ja so ein bisschen wie bei Alien, dass Teil 1 und 2 große Fans hat und dann ging es so ein bisschen bergab. Auch wenn es bei Alien vielleicht dieses Jahr bergauf ging. Vielleicht bei Terminator auch. Das können wir, oder das werden wir natürlich noch diskutieren. Ich bin jetzt nicht der größte Fan der Reihe, aber ich kann auf jeden Fall anerkennen, Teil 2 ist halt ein sehr gut gemachter Actionfilm. Also das kann man, glaube ich, einfach sehen. Auch der funktioniert heute immer noch sehr gut. Das ist jetzt nicht mein Favorite. Also ich glaube ja, dass der bei vielen irgendwie Action-Top-Listen sehr häufig sehr oben ist. Manchmal sogar auf A1. Für mich jetzt nicht, aber ich sage, der ist sehr gut. Und wie geht es dir? Bevor ich meine, bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich sagen, liebe Terminator 2-Fans, denkt dran, wir haben Kommentare. Da könnt ihr dem Johannes ganz klar sagen, wie falsch er liegt. Ich bin dem Franchise, ich mag es sehr gerne eigentlich. Ich finde, die ersten beiden Teile sind für mich absolute Meisterwerke. Ich würde tatsächlich den ersten Teil, dem zweiten immer so ein bisschen vorziehen, weil ich diese Bedingungslosigkeit des ersten Teils mag, dieses Raue. Weil für mich der erste Teil tatsächlich weitestgehend am besten als Horrorfilm funktioniert. Mit Schwarzenegger als unaufhaltsamer Killer, wenn man so will. Aber auch der zweite Teil ist natürlich für mich wirklich ein Meilenstein des Kinos. Den dritten Teil, den habe ich damals im Kino gesehen und der wird immer so ein bisschen verlacht und ich kann verstehen, warum den nicht so viele mögen, aber ich finde den immer noch sehr unterhaltsam. Und der hat meines Erachtens mit dieser Kran-Sequenz auch die stärkste Action-Sequenz des ganzen Franchises. Und danach wird es halt schon kritisch. Also Genesis fand ich wirklich ganz, ganz furchtbar. Diesen, der davor kam von McG mit Christian Bale, Erlösung glaube ich hieß es, ja. Der hatte einen interessanten Ansatz, hat aber für mich einfach nicht funktioniert. Und ich war bei Dark Fate sehr skeptisch, kam aber tatsächlich sehr zufrieden aus dem Kino. Auch weil ich von dem Film nicht wirklich viel erwartet habe, außer erzähl mir einfach eine unterhaltsame, gut gemachte Action-Science-Fiction-Geschichte und genau das hat mir der Film geliefert. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass ich große Hoffnung habe, dass das Terminator-Franchise jemals nochmal so groß wird wie Anfang der 90er. Vielleicht auch, weil es a. dazu gar nicht konzipiert wurde und b. es halt so prägnant auf Arnold Schwarzenegger getrimmt ist, dass es schon irgendwie schwer vorstellbar ist, dass es zumindest im Kino wirklich ohne ihn funktionieren kann. Wobei man ja sagen muss, und das ist ja das Interessante, bei Terminator Zero, es gibt ja wirklich hier keinen Arnold. Genau wie bei der einen Terminator-Serie, die hieß glaube ich The Sarah Connor Chronicles. Da gab es auch keinen Arnold. Und zumindest bei den Sarah Connor Chronicles gibt es ja durchaus immer noch eine relativ präsente Fangemeinde. Anscheinend scheint die Serie also gar nicht mal so schlechter zu sein. Hast du die gesehen oder kennst du die? Ich habe definitiv ein paar Folgen gesehen, ich habe die aber nie aktiv verfolgt. Aber Lena Headey hat ja natürlich auch im Nachhinein, also nach der Serie nochmal ordentlich Bass durch Game of Thrones bekommen oder natürlich durch ihren fantastischen Auftritt in Dread. Ja, Dread ist sowieso Meister, also Dread ist super toll. Also wenn ihr mal eine Fortsetzung machen wollt, liebe Hollywood, dann macht mal bitte mal eine Dread-Fortsetzung, das würde ich abweilen. Voll, voll. Das braucht es wirklich. Es braucht jetzt nicht noch einen siebten, siebter Terminator wäre es dann. Es braucht erstmal einen zweiten Dread. Das sehe ich genauso, sehe ich absolut genauso. Ja, so stehen wir also zu Terminator Zero. Was ich aber auch noch vorausschicken möchte, ich bin kein großer Anhänger der Anime-Kunst. Ich lehne es nicht kategorisch ab, aber ich habe tatsächlich mit dieser Stilistik einfach, oder auch mit der Ästhetik einfach so meine Probleme. Ich versuche mich ja immer wieder ranzutasten, letzter größter Versuch war Ende letzten Jahres beim neuen Miyazaki, den ich sogar im Kino gesehen habe. Und ich kann da immer wieder Elemente finden, die ich toll finde, aber es reicht bei mir nie so ganz, mich vollends zu überzeugen. Deswegen war ich gespannt, wie es jetzt bei Terminator Zero ist. Lieber Johannes, du hast ja hier bei uns schon ein paar Anime-Sachen, glaube ich, besprochen. Trotz allem auch an dich an die Frage, wie stehst du denn zum, ich nenne es mal, Genre-Anime? Ja, das ist doch wunderbar, dass wir beide hier zusammensitzen. Du bist sozusagen die Terminator-Fraktion und ich, genau, Fraction. Vielleicht ist das der Name des siebten Teils, wer weiß. Und ich bin jetzt so ein bisschen die Anime-Fraktion. Auch wenn ich sagen muss, ich bin eher Fan von Anime-Filmen, weil Anime-Serien für mich immer häufig so ein Problem, dass sehr viel erklärt wird und sehr viel offensichtlich ist. Man kann auf jeden Fall sagen, zu dieser Serie, da steckt ja ein Produktionsstudio hinter Production IG, die sehr renommiert sind. Also die haben zum Beispiel an, kennst du bestimmt auch, Ghost in the Shell mitgearbeitet. Kennst du Ghost in the Shell? Jetzt halte ich mal fest, die bei Johannes, Ghost in the Shell habe ich sogar gesehen. Also den wirklichen allerersten Anime-Film. Den habe ich sogar vor dem Remake mit Scarlett Johansson gesehen. Und ich mag ihn wirklich sehr gerne. Sehr gut, sehr gut. So in der Serien, ich kriege das Fraction auf jeden Fall nicht mehr raus, also bei den Serien, kennt man Production IG vielleicht noch für Psycho Pass oder Attack on Titan. Das ist auch eine Serie, die in den letzten Jahren, beziehungsweise was heißt in den letzten Jahren, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her, dass das gestartet ist, auf sich aufmerksam gemacht hat. Und ich bin ein großer Fan von Anime-Filmen. Ich mag das immer sehr, sehr gerne, also gemein das Animationsgenre. Und da muss man sagen, Netflix hat da in den letzten Jahren schon einiges abgeliefert. Also auch was so Lizenzsachen angeht. Arcane ist auf jeden Fall eine Animationsserie mit einem ganz eigenen Stil, aber auch im, ja da müsste man jetzt darüber diskutieren, ob der Witcher-Animationsfilm ein Anime ist. Er ist definitiv im Anime-Look gehalten, aber tatsächlich von einem koreanischen Studio produziert. Also streng genommen ist es kein japanischer Animations- oder Zeichentrickfilm, sondern eben ein koreanischer. Okay, aber den Witcher-Animationsfilm mochte ich auch sehr gerne tatsächlich. Ich auch und ich glaube, da kommt ja auch ein zweiter Teil. Ja, und da bin ich auch sehr gespannt, weil ich habe die Bücher nicht gelesen, aber ich kenne halt die Spiele und gerade der dritte Teil ist halt super und ich war halt von der Carol-Serie sehr enttäuscht und habe, glaube ich, in der ersten Staffel irgendwann aufgehört. Aber ich merke gerade, wir schweifen ab. Ich schweife ab, ja. Weil du gerade dabei bist zu erzählen, wer hinter dieser Terminator-Serie steht, möchte ich hier nochmal einen westlichen Namen reinwerfen, nämlich Madsen Tomlin. Der hat zuvor den Film gedreht, Mother Android. Da geht es auch so um künstliche Intelligenz und Cyborgs und so. Und er arbeitet gerade wohl auch mit Matt Reeves am Drehbuch zu The Batman Part 2. Also auch ein interessanter Mensch, der hier die Serie quasi entwickelt hat. Also man kann schon sagen, würde ich es beschreiben, es ist so eine Zusammenarbeit, eine Kooperation zwischen West und Ost. Genau, er ist ja der Showrunner, während einige andere berühmte Namen aus dem japanischen Anime-Bereich unter anderem in der Regie zuständig, tätig. Ich habe es heute nicht mit Worten und ich nehme einen Podcast auf, das ist keine gute Idee. Ist okay, ist okay. Willkommen in meiner Welt, bei mir ist der Standard. Weißt du, es sind die Schwächen, die wir uns menschlich machen und damit hast du erneut bewiesen, dass du dann doch ein Mensch bist und kein Terminator. Oder ich bin sehr, sehr schlau. Also als Maschine. Ja, okay, ja, das könnte auch natürlich sein. Mal gucken, wir haben ja noch ein paar Minuten Podcast vor uns, mal gucken, wie es am Ende dann aussieht. So, ich glaube, wir haben jetzt erstmal so die groben Fakten abgehandelt. Ihr wisst, wie wir stehen zum Franchise, zum Anime, wer hinter der Serie steht und das hier am 29. August bei Netflix erscheint. Ich glaube, ich habe auch schon gesagt, dass es acht Folgen a 25 Minuten sind. Und deswegen würde ich sagen, lieber Johannes, sei doch mal so gut und versuche eben kurz, so grob es geht und so spoilerfrei, wie es geht, zu erklären, worum geht es denn in Terminator Zero. Ganz überraschend startet die Serie 2022 und wir wissen alle, da ist der Untergang der Menschheit schon fast besiegelt. Also, ganz, ganz neu für die Reihe. Eine Soldatin wird zurück in die Vergangenheit geschickt und zwar in das Jahr 1997. Alle Fans wissen, was 1997 passiert. Aber sie trifft da, beziehungsweise soll, dort auf den Wissenschaftler Malcolm Lee treffen. Der hat sich nämlich gedacht, okay, Skynet bedroht die Menschheit. Ich entwickle einfach ein eigenes KI-System und versuche das, ja, sozusagen gegen Skynet zu stellen. Und daraus entspinnt dann erstmal eine Handlung, die über die acht Episoden geht. Vielen Dank. Du hast ja gerade eben schon gesagt, dass du Anime lieber als Film siehst und weit weniger als Serie. und wir beide haben diese Serie fast auf eine identische Art und Weise geguckt, nämlich in einem Rutsch durch. Und ich glaube, wir beide hatten es auch nicht so geplant, oder? Ach, weiß ich gar nicht. Also, worauf möchtest du jetzt hinaus? Also, bist du begeistert? Nein, ich bin nicht begeistert, aber ich bin auch nicht gegen die Serie. Ich bin, ich fand sie gut. Ich hatte meinen Spaß damit. Ich muss aber auch ganz klar sagen, ich glaube, wenn das einfach nur so ein zweistündiger Anime-Film gewesen wäre, hätte sie für mich besser funktioniert. Weil es gab wirklich Momente oder sogar ganze Episoden, wo ich dann so, ich muss ehrlich sagen, ich habe sie im Bett gesehen, also in meinem Bett lag und so rumgrübelte und wirklich so mit dem Gedanken gespielt habe, ach, eigentlich könnte ich jetzt mal auf Kostos Klo gehen oder eigentlich könnte ich doch jetzt mal mein Handy nehmen und ein bisschen was studieren. Ich habe es nicht getan, weil ich habe ja einen journalistischen Auftrag zu erfüllen. Aber es gab wirklich mehr als einige Phasen, wo ich das Gefühl hatte, oder doch, ja, das Gefühl hatte, dass die Serie mich irgendwie verliert. Und ich glaube, weil ich die Grundhandlung echt spannend fand und es da wirklich Elemente gab, die ich wirklich toll fand, ich glaube, als Film hätte es für mich besser funktioniert. Darauf wollte ich hinaus. Das geht mir ganz genauso. Also ich bin der festen Überzeugung, das liegt jetzt nur daran, dass das eine Streaming-Produktion ist. In einem anderen Kontext hätte man hier, glaube ich, einen Anime-Film draus gemacht, weil diese Handlung ist, ja, ich bin bei dir, die ist eigentlich, also das hätte locker gereicht oder man kann, glaube ich, aus diesen acht Stunden locker einen Cut, einen Fan-Cut oder so machen, der in zwei Stunden das zusammenfasst, was irgendwie notwendig ist oder zynisch könnte man sagen, also die letzte Folge, da passiert sehr viel, sehr, sehr viel und in den ersten sieben Folgen passiert nicht so viel. Ja, das ist sehr schön zusammengefasst und was sie aber immer halt schaffen, ist, also zum einen, der Look, also nicht der Look, aber sie schaffen es zumindest, dass diese Bedrohung immer sehr rabiat wirkt. Also es gibt ja hier auch so einen Terminator, der in der US-Fassung von Timothy Olyphant gesprochen wird. Ich sage mal so, das war wirklich ein easy Paycheck, für wie ich arbeite und wenn der auftaucht und wenn der agiert, dann wirkt das immer sehr roh, sehr schmutzig, sehr direkt, sehr bedingungslos und das, das habe ich gemocht. Also die Serie schafft es schon, so eine gewisse Ernsthaftigkeit zu evozieren, die aber dann für meinen Geschmack immer wieder dadurch gebrochen wird, dass es ja in dieser Serie, ich sage mal, zwei oder drei Kinder gibt und nichts gegen Kinder, aber die gingen mir stellenweise echt ziemlich auf den Wecker. Wie war es da bei dir? Ja, also die Serie nimmt sich komplett ernst, nimmt das Szenario ernst, was ja auch, obwohl naja, die Filme machen das nicht nur, aber ich würde sagen, von der Tonalität her ist das, bewegt sich das schon im Bereich von Terminator 4 vielleicht so ein bisschen. Also auch, weil es gibt Szenen in der Zukunft und das passt auch visuell schon sehr dazu und auch Genesis nimmt sich ja auch ziemlich ernst, soweit ich mich daran erinnern kann. Ich meine, bei Teil 3 kann ich mich nur an eine Szene erinnern. Stu, welche Szene kann ich mich wohl aus Teil 3 nur erinnern? Keine Ahnung, hattest du möglicherweise irgendwas mit der Hand zu tun? Nee, tatsächlich nicht. Ach, ist das aus Teil 3, die Szene? Talk to the Hand ist auch aus dem dritten Teil. Oh, dann kann ich mich sogar an zwei Szenen erinnern, weil nein, es gibt eine Szene, wo der weibliche Terminator kurz anhält und von einem Cop angehalten wird, einen Poster sieht und den Cop dann bezirzt. Ja, wobei, also muss schon sagen, ich glaube, der einzige Terminator-Film, der ohne Humor auskommt, ist der erste. Selbst im zweiten gibt es so Sprengen von Humor, der dritte ist schon sehr selbstreferenziell, wobei man auch sagen muss, der kommt aus einer Zeit, da war das nicht so gang und gäbe wie heutzutage, aber danach war Humor eigentlich immer auch Teil des Franchises, außer jetzt vielleicht hier der Erlösung, wobei ich den nur einmal gesehen habe, aber ja, also ich weiß, was du meinst. Genau, aber du hast ja nach den Kindern gefragt, ich meine, Kinder oder junge Personen sind ja dem Franchise nicht neu, John Connor war aber halt eine ziemlich coole Sau im zweiten Teil. Die drei, doch, das sind drei Kinder und plus Babysitterin oder die ist ja glaube ich sogar mehr als Babysitterin, weil sie irgendwie generell sich um den Haushalt kümmert. Ja, nee, also die haben halt auch keinen Charakter, ne? Also das ist halt, dass die junge Schwester, der junge Bruder und der etwas ältere Bruder und das ist auch ungefähr die einzige, die einzigen Charaktereigenschaften, die die haben und das ist schon irgendwie krass, dass über acht Folgen, ich meine, das ist ja theoretisch der Vorteil einer Serie, dass man mehr mit den Figuren erzählen kann, weil man mehr Zeit hat als in dem Film, aber wirklich viel erzählt mit den Figuren wird eigentlich nicht, aber das gilt, würde ich, kann es vielleicht mir eventuell widersprechen oder zustimmen, auch für alle Figuren, weil der Vater, der ist es der Wissenschaftler Malcolm Lee, das ist halt der Wissenschaftler, der sich nicht um seine Kinder kümmert und die harte Soldatin ist die harte Soldatin. Ja, es sind, ähm, schon stereotype Figuren, die wir hier vorgesetzt bekommen und das finde ich an und für sich okay, aber bei den Kindern war es halt wirklich so, dass ich mir irgendwann dachte, was soll das Ganze, ähm, ist, man muss dazu sagen, Netflix hat uns so einen Katalog geschickt mit Sachen, die wir nicht verraten sollen und das werden wir hier auch nicht machen, es gibt durchaus im Laufe der acht Folgen die ein oder andere Enthüllung, ähm, die ich nicht so wirklich überraschend finde, aber interessant, muss ich sagen, ich finde aber, dass sie aus diesen Enthüllungen nicht so wirklich viel machen, ich dachte bei einer Enthüllung, ich glaube es ist wirklich in der Mitte der Serie, dass jetzt mal so richtig der Punk abgeht, aber nee, also nicht falsch verstehen, es gibt durchaus Action, ähm, und die ist auch, wie ich finde, solide inszeniert und animiert, aber mir hat immer mal so ein bisschen gefehlt, dass jetzt mal so richtig mit der Faust auf den Tisch gehauen wird. Ja genau, noch ganz kurz zu den, zu den irgendwie Twists und Reveals, die sind natürlich in einer, also sie finden in einer anderen Kombination statt, aber es ist jetzt nichts, was man nicht irgendwie im Bereich Terminator oder Zeitreise nicht schon gesehen hätte. Das, das kann man glaube ich so sagen, bei der Action, also die Serie ist ja relativ brutal, beziehungsweise sie ist blutig, das ist jetzt ja, ähm, ja, für die, für das Franchise, ne, naja, also ich finde, man könnte, wahrscheinlich kann man schon sagen, das ist quasi das Zärteste, was Terminator in dem Bereich hatte, ne, weil die Filme bis jetzt ja immer, äh, es, es kommt drauf an, also klar, der Allererste hat schon seine Härten, aber das war auch eine andere Zeit, aber, ähm, ich war jetzt nicht überrascht, wie teilweise Rabiat und Brutales zugeht, aber es wird schon sagen, da, also, ich glaube, Netflix empfiehlt die Serie ab 16 und das ist schon ganz okay so. Ja, ich meine, es fühlt sich halt auch nochmal im Bereich Anime anders an oder man kann ja auch mehr machen. Ich hatte bei den Action-Szenen so das Problem, dass die sehr viel mit CGI, also mit, äh, nicht mit Zeichnungen, sondern mit Computereffekten arbeiten und zwar sehr, sehr offensichtlich. Also nicht, was die Charaktermodelle angeht, sondern gerade, was so Hintergründe angeht und wenn sehr viel in Bewegung ist und das mag ich nicht. Gut, da muss ich ehrlich sagen, da hast du als, äh, Anime-Experte, nenne ich es sich mal ja, 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 einfach mit einem besseren Blick als ich. Ich habe da nur gesehen, okay, das bewegt sich, das macht bumm, das ist bunt, das ist okay. Ja, also ich meine, es gibt durchaus Ideen, also ich meine, auch die, die erste, die erste Action-Sequenz in der ersten Folge, die ist irgendwie durchaus beeindruckend, aber du hast es gesagt, dass irgendwie der Punch fehlt und ich, ich kann das auch nachvollziehen und man muss auch sagen, also, in der Folge, das ist ja auch, man muss das ja schwierig erzählen. Wir haben hier Kinder, die vor Robotern fliehen und diese Roboter, die müssten schneller sein, die müssten intelligenter beziehungsweise mehr wissen, die müssten mehr wahrnehmen, die müssen einfach, also, das vernünftig zu erzählen und zu zeigen, also, ne, ich denke jetzt direkt an Obi-Wan, wo ein sechsjähriges Kind drei Kopfgeldjäger entfliehen kann, das Problem haben wir hier, finde ich auch und das nimmt, finde ich immer wieder an der Bedrohung, wo ich so denke, das, das funktioniert so nicht, also, die Roboter agieren nicht so clever, wie sie reagieren müssten, um irgendwie eine Bedrohung zu sein. Mit dieser Bedrohung, ich weiß, was du meinst, ich finde aber, sie haben diesen Hauptterminator, nenne ich es mal, relativ gut hinbekommen, aber, es, es gab immer wieder so Momente, wo ich, wo ich mir gehofft hätte, sie würden mehr daraus machen, zum Beispiel, gefühlt, in den ersten drei, vier Folgen stromern die ja nur durch dieses verlassenen Einkaufszentrum herum und bis sie das mal wirklich nutzen, um da irgendwie mal eine spannende Sequenz zu erzeugen, dauert es wirklich sehr, 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 sehr lange. Da sind halt so viele Dinge in dieser Serie enthalten, die du nicht unbedingt benötigst und die für meinen Geschmack auch einfach viel zu viel Raum einnehmen, ganz besonders, ich meine, ich kann verstehen, dass man diesen philosophischen Aspekt dieser KI durch behandeln möchte, aber ich war es auch irgendwann leid, mal wieder zu sehen, wie Malcolm Lee in seinem komischen Dom da sitzt und mit seiner KI redet. Da gibt es ein paar Momente, die waren ganz packend, die waren auch ganz aufschlussreich, aber ganz oft habe ich mich dabei erwischt, wo ich überlegt habe, ich könnte jetzt auch einfach mal ein bisschen vorspuren, ich glaube, da kommt nämlich nichts mehr. Ja, das ging mir auch so, ich möchte bei einem Terminator-Film oder auch bei einer Terminator-Serie als auch auf der bösen Seite eine prägnanten Figur und ich finde, diese Figur, die wird viel zu spät rausgeholt und dann hat sie so ein weirdes Gadget, wo ich denke, also Skynet ist nichts besser eingefallen als das, also weiß ich nicht. Also wenn das die Idee von Skynet ist, dann frage ich mich, wie Skynet die Welt erobern konnte. Ja. Genau. Also ganz ehrlich, diese Waffe, die er sich da baut, ist halt, das macht für mich auch keinen Sinn so richtig, weil sie ist im Grunde nicht besonders effektiv, weil du kannst sie relativ mit einem Tablett oder Teller einfach ablocken und okay, was ich halt toll finde, das finde ich, das haben sie ganz gut gelöst, das wusste ich nämlich gar nicht, in Japan ist es wohl wirklich sehr schwierig, an Schusswaffen zu kommen. Da hat es Arnold Schwarzenegger in den USA wesentlich leichter, das muss man mal sagen. Das fand ich ganz interessant, trotz allem, wir reden hier von einer Killermaschinen, die super intelligent ist und die eigentlich aus allem eine Waffe machen kann, dass sie sich dann so eine Waffe baut, fand ich dann auch ehrlicherweise ein bisschen läppsch und mir fehlte auch bei dieser Waffe so ein bisschen die Bedrohung, gerade weil du ja dann auch in ganz vielen sehr rabiaten Szenen siehst, dass dieser Terminator dich auch einfach so umbringen kann. Der kann dich ja auch einfach mit einem, was ich nehme, eine Tasse und wirf die so hart in dein Gesicht, dass du dann auch tot bist. Ist auch egal. Ja, und er ist ja nicht der einzige Roboter, der quasi auf Menschenjagd sich begibt und auch wie die sich bewaffnen, wo ich denke, ey Leute, ihr seid wandelndes Metall, ihr braucht theoretisch nicht mal Waffen. Das fand ich auch sehr komisch. Boah, diese philosophischen, also Malcolm Lee dient leider eigentlich 90 Prozent dieser Serie oder ersten Staffel, falls da noch mehr kommt, dazu Dinge zu erklären und es gibt inhaltlich, inhaltlich, also in der Serie, keine Begründung, dass das so lange aufeinander war. Also, es gibt immer wieder Dialoge, die dazu führen, wo er sagt, ja, da kommen wir noch zu. Ich werde es dir erklären, wo du denkst, das erklärst du nur nicht, damit das in Folge 6 oder 7 erklärt werden kann, aber warum in dieser Welt er das nicht jetzt sofort erklärt und offenspielt, er gibt überhaupt keinen Sinn. und also, wir haben Ghost in the Shell angesprochen, da geht es ja wirklich um philosophische Themen, was hier irgendwie rausgeklatscht wird, ist schon, also, das kannst du einmal bei Wikipedia googeln und dann hast du ungefähr, oder bei ChatGPT eingeben und dann hast du diesen philosophischen Gehalt, weil was daraus gemacht wird, in meinen Augen nicht viel. Nee, also wirklich, da fehlt einiges und ich bin auch voll bei dir, das war auch einfach nur so ein Element der Serie, um halt irgendwie auf diese acht Folgen zu kommen. Und das ist halt schade, weil ab und zu gibt es ja da schon Momente, die durchaus packend sind oder spannend, gerade eben, wenn seine KI ihm halt selbst immer wieder mit der eigenen Fehlbarkeit und auch den Verfehlungen der Menschheit konfrontiert. Das ist nicht schlecht, aber es nimmt ja auch immer so ein bisschen den Zug draus, weil du hast halt eben auch ganz auf dem Moment, du bist in einer sehr spannenden Situation und dann schneiden sie zurück zu Malcolm Lee und seiner KI und dir ist dann irgendwann klar, okay, die nächsten acht Minuten sind gegessen. Und ich verstehe, auch nicht, warum sie das machen, weil Terminator war jetzt nie ein Franchise, was sich irgendwie groß philosophisch beschäftigt hat und es ist ja auch nicht so, dass das bekannte, also dass das irgendwie bekannte Universum erweitert wird. Also natürlich wird das Universum erweitert, aber dieser Mythos um Skynet, also Skynet ist kaum da. Ja, das stimmt allerdings. Ich muss auch sagen, ich, also, wir haben es ja schon angesprochen, die Serie endet auch mit einem sehr deutlichen Fingerzeig Richtung Staffel 2 und dieses Ende ist auch in der Hinsicht vielversprechend genug und offen genug, dass ich sage, hey, Terminator Zero oder Terminator One, wie immer es dann heißen mag, würde ich mir auch angucken, aber auf dem Weg dorthin ist es fast schon ein kleines Wunder, rückblickend für mich, dass mich die Serie nicht komplett verloren hat, weil es da echt viele Stolpersteine gab, die teilweise auch recht groß sind und rückblickend kann ich auch nicht behaupten, dass die positiven Aspekte der Serie so oft vorkommen und so prägnant sind, dass sie die ganzen Schwächen überdecken. Ich glaube, ich habe es wirklich gestern auch nur in einem Rutsch durchgeguckt, weil ich nicht schlafen konnte. Jetzt habe ich es gesagt. Ja, mir geht das ähnlich. Also ich bin auch bei dir. Ich finde, die letzte Folge ist da auf jeden Fall die irgendwie vielversprechendste und ist dann irgendwie ein Build-Up für mehr, wo ich mich allerdings auch frage, ey Leute, also warum brauchen wir denn, also das ist halt, also das ist wie so ein bisschen wie so ein Prolog ist, diese vermutliche erste Staffel. Also es wird schon was abgeschlossen und okay, aber also ich glaube, ich habe es jetzt auch nur an einem Stück durchgeguckt, weil ich glaube, hätte ich aufgehört, dann hätte ich nicht weiter geguckt. Und hier bin ich ja auch, also ich muss auch sagen, also hätte ich diese Folge so in meiner Freizeit geguckt, hätte ich die nicht zu Ende geguckt. Ich habe das zu Ende geguckt, weil, du hast es angesprochen, unsere journalistische Pflicht hier, wir müssen ja das Produkt auch als Ganzes beurteilen und das machen wir jetzt ja auch und das hat dahingehend dann glaube ich, also doch, es hat am Ende nochmal gewonnen, aber der Weg dahin ist mühsam. Ja, was ich auch gerne mal wissen würde von dir, was fandest du eigentlich am gelungensten? Die, also es sind ja, wenn man es runter bricht, sind es ja quasi zwei Zeitlinien, also mehr, im Prinzip sind die zwei Zeitlinien ja am prominentesten, einmal halt in der Zukunft und einmal halt eben diese Jagd nach den Kindern, weil ich muss sagen, ich fand all das, was in der Zukunft gespielt hat, so viel spannender und interessanter, auch allgemein die Geschichte, ich gehe nicht zu sehr ins Detail, aus Spoilergründen, aber die Geschichte, wie diese zweite KI-Alignung entstanden ist, fand ich so viel spannender und interessanter, als all das, was davor erzählt wurde. Ja, das geht mir ganz genauso und umso bitterer irgendwie, also ich weiß nicht ganz genau, wie die Verteilung ist, aber gefühlt ist die Verteilung, also mindestens drei Viertel in der, also mindestens drei Viertel in den 90ern und höchstens ein Viertel in unserer, also in der jetzt vergangenheitszerstörten Zukunftszeit, also es ist zu wenig und das ist echt schade, weil ich bin bei dir und da wird auch nichts Neues gezeigt, also wer jeden Terminator-Film gesehen hat, hat die Zukunft gesehen, da ist jetzt nicht, dass da visuell irgendwas Neues hinzugefügt wird, es ist halt eine zerstörte Stadt, also zerstörte Orte. Ja, wobei sie ja auch nochmal so ein bisschen erklären, von wegen hier Zeitlinie und deine Vergangenheit ist nicht ihre Vergangenheit und so und ich bin ja jemand, der bei solchen Sachen immer raus ist, weil mir Logik in den meisten Fällen bei Filmen und Serien egal ist, wenn die Geschichte mich irgendwie bekommt, bekommt die mich und ob es jetzt logisch Sinn ergibt, ist mir ja relativ egal und gerade bei Zeitreisefilmen, mir wurde dieses Oper-Paradox und von zurück in die Zukunft schon so oft erklärt, aber es ist mir letztlich halt vollkommen egal und das habe ich jetzt hier auch, aber trotz allem bin ich halt gespannt, wie es zumindest in der Zukunft dieser Serie weitergeht, weil da steckt für mich einfach das meiste Potenzial drin. Es ist halt auch da und das ist viele Dialoge, es sind wirklich ganz, ganz platte Exposition-Dialoge, also nicht nur, wenn Malcolm Lee mit seiner KI redet, das ist ganz kurios, also am Anfang fragt er seine KI was und sie sagt, ja, das weiß ich alles, ich erinnere mich und zwei Folgen später erzählt er das dann trotzdem nochmal, obwohl sie, sie ist eine KI, sie hat nicht irgendwie Erinnerungslücken, sie weiß alles, sie kann sich alles merken, sie hat ein fotografisches, visuelles etc. pp-Gedächtnis und auch diese Erklärung, wenn da so eine, also wenn dann so eine alte, weise Frau einer Person erklärt, wie die Zeit funktioniert, wo ich denke, ich bin da, ich will das auch gar nicht wissen, das zerstört mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen den Mythos, ich möchte einfach, dass die da hinreisen und dann wird losgelegt, das ist in dem Tempo und das ist, ach ja ne, das ist nicht clever gelöst. Ja, das stimmt und ich muss auch sagen, du hast es schon erwähnt, die allererste Action-Sequenz, das ist ein gutes Beispiel, weil die fühlte sich auch für mich nicht an wie eine Terminator-Action-Sequenz, weil ich finde, diese Terminator-Action ist immer eher geerdeter. Klar, du hast nur Roboter, die anscheinend unzerstörbar sind, aber das ist halt wenig mit viel Rumgespringe, sondern einfach nur, du versuchst, diesen Terminator abzuhängen oder irgendwie aufzuhalten oder zu zerstören und ich muss sagen, die Action-Sequenz, die erste, steht für mich stellvertretend für so ein paar Momente in der Serie, wo ich immer das Gefühl hatte, ich kann schon verstehen, wenn jemand das spaßig findet und unterhaltsam und spannend, aber ich für meinen Teil finde, das passt in diese Reihe irgendwie nicht rein stilistisch. Ja, das ist halt auch irgendwie ein Problem, weil schon, also ich würde sagen, die Qualitäten von Terminator sind im Handgemachten. Also ich bin auch bei dir, ich fand Dark Fate auch durchaus unterhaltsam, auch wenn der inhaltlich, also der macht ja inhaltlich gar nichts Neues, der ist ja quasi einfach nur ein Terminator 2, ein bisschen anders und da wird schon mehr auf CGI gesetzt, aber man will doch diese, also so eine coole, harte, also jetzt nicht visuell blutige, aber so eine ruffe Action, wo man irgendwie wirklich merkt, okay, wenn im zweiten Teil da mit einer Shotgun drauf geschossen wird, dann hat das Impact und das geht hier auch in diesem Animations-Anime-Stil so ein bisschen unter, weil das alles sehr, sehr leicht ist. Also das ist ein bisschen wie bei Clone Wars, der Star Wars-Serie, wo auch, das sieht mal cool aus und dann schleudern da Lichtschwerter hin und her, aber das ist jetzt nicht so, dass du merkst, dass da eine Person wirklich mit Wucht der anderen irgendwie eins mitgibt und die Person dann irgendwie krass zurückschlägt oder zurücktaumelt. Da fehlt auch vielleicht so ein bisschen in dem Sounddesign halt so ein Punch dann oder so eine Reaktion. Ja, das sehe ich auch so. Also es war halt nicht schlecht umgesetzt, finde ich, aber es wirkte oftmals so ein bisschen, ja der Punch fehlte halt. Also das du, es war gut gemeint, aber ich will jetzt nicht sagen, es lag daran, dass es animiert gewesen ist, weil die halt durch die Animation ja auch Sachen machen können, die könntest du als Live-Action-Film gar nicht umsetzen und sie schaffen es halt auch oftmals wirklich diesen Horrorcharakter des ersten Teils wieder heranzuzüchten. Es gibt durchaus oder gab durchaus wirklich einzelne Szenen und auch Bilder, die waren fast schon albtraumhaft. Also gerade wie dieser Tag des jüngsten Gerichts zum Beispiel dargestellt wird, das ist schon heftig und aber auch gut heftig. Ja, weiß ich nicht. Der ist mir halt, der ist, da sind wir wieder bei diesem Punkt, ich finde den so inkonsequent. Also einerseits, ja, also da passieren schon heftige Sachen, aber das wirkt so ein bisschen so, also wenn, wenn die KI so da die Macht übernimmt, verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht, wie die Menschheit da untergehen kann, weil, also nur wenn Roboter durch die Straßen laufen und Leute unterjochen, weiß ich nicht, da sind wir doch glaube ich technisch vielleicht drauf, vielleicht auch nicht, vielleicht bin ich aber nur naiv und hoffe, dass die Menschheit da mehr drauf hat, aber irgendwie habe ich mir da mehr gehofft. Also dann gibt es irgendwie Situationen, man kann im Rücken der Roboter laufen und die bekommen nichts mit, wo ich denke, also das geht doch nicht. Ja, ja, da hast du natürlich auch wieder recht, mein Problem ist halt, als ich sie beendet hatte gestern, war ich so im Modus, ja, war jetzt nicht so optimal, aber an und für sich war es echt schon gut und jetzt, wo wir hier halt reden, kommen halt so die ganzen negativen Aspekte raus und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie gerade so für mich einiges an Wertigkeit verliert, was ich jetzt auch schade finde, weil ich niemanden davon abraten würde, diese Serie zu gucken, wenn er oder sie sich a. für Terminator interessiert und b. einfach mal eine Science-Fiction-Anime-Serie sehen möchte. Ich glaube, dass dein Blick ist die Serie trotz allem wert. Ja, ich finde die auch nicht, also erstmal tut es mir natürlich leid, wenn ich dir jetzt quasi die Serie im Nachhinein zerrede. Ja, schäm dich, Johannes, schäm dich. Nee, ich finde die auch nicht aggressiv schlecht, ich finde sie halt ein bisschen, ja, sie ist ein bisschen langweilig. Ja, das, wie gesagt, ich kann das nicht abstreiten, sie ist halt stellenweise wirklich ein bisschen langweilig und was ich auch noch sagen muss, ich habe sie, ich glaube die ersten zwei, drei Folgen habe ich in deutscher Synchro mir angehört und ich glaube, einer der Gründe, warum mir diese drei Kinder wirklich auf die Nerven gegen, war die deutsche Synchro dieser Kinder. Ich fand es dann im Englischen wirklich besser, ich muss aber auch sagen, also im Englischen hörst du halt Timothy Olyphant, also dieser Terminator, du hast Rosario Dawson mit dabei, aber ich weiß nicht, wie es bei dir war und ich weiß nicht, in welcher Fassung du die Serie geguckt hast, aber ich fand die Englischen, wie aber auch die Deutschen Stimmen, manchmal irgendwie ein bisschen unpassend. Weiß nicht, wie es bei dir war. Ja, ich habe die einfach komplett auf Deutsch durchgeguckt, weil ich jetzt gedacht habe, dass jetzt nicht die Dialoge da so irgendwie filigran sind und wenn hätte ich es glaube ich, also wenn hätte ich es dann, ich weiß gar nicht, gibt es das überhaupt auf Japanisch oder gibt es das nur auf Englisch? Ich glaube, es gibt es auch auf Japanisch, meine ich, aber da ich es Japanisch nicht kann und ich abends auch nicht gewillt bin, Untertitel zu lesen, habe ich es dann, wie gesagt, dann auf Deutsch und auf Englisch und das muss ich auch noch sagen, ich habe es ja gerade eben schon kurz erwähnt, ich finde es halt sehr amüsant, weil sie relativ prominent bei irgendeinem Teaser damit geworben haben, dass Timothy Olyphant den Terminator spricht und liebe Timothy Olyphant Fans, seid gefasst darauf, der werte Mann, der nimmt die Rolle des Terminators sehr ernst und wer Terminator kennt, weiß, die reden nicht viel, ich würde schätzen, der hat in der gesamten Serie, wenn es hochkommt, zehn oder zwanzig Sätze, höchstens. Ja, das ist wahrscheinlich ungefähr so, als würde man jetzt sagen, man guckt Mandalorian, um Petro Pascal zu sehen. Ja, sehr gutes Beispiel, ja. Ab und zu sieht man ihn vielleicht und einen Großteil weiß man nicht, ob er es überhaupt ist und ob er überhaupt da war. Ja, ja, das stimmt. Gut, mein Lieber, ich habe nichts mehr auf meinem imaginären Zettel stehen, wie ist es bei dir? Nö. Gut, dann können wir gerne zu einem Fazit kommen und dann mach du mal den Anfang. Ja, es kam ja schon raus, ich bin nicht begeistert, das ist jetzt nicht, dass ich das aggressiv schlecht fand, das ist, ich finde, das bleibt halt irgendwie, ich glaube, das ist so vielleicht für mich das größte Prämie, es bleibt halt irgendwie für mich in allen Belangen so sehr hinter den Möglichkeiten zurück, also das hätte irgendwie schicker animiert sein können, das hätte weniger auf Computereffekte sitzen können, die Charaktere bleiben sehr blass, das Spannendste sind dann halt irgendwie die letzten zwei Folgen, wo inhaltlich was gemacht wird, aber der Weg bis dahin ist echt, der ist so zäh und das ist irgendwie schade, also ich finde, ich finde cool, dass sie einfach mal was ganz anderes ausprobieren mit dem Franchise, das sollte einfach, finde ich, generell häufiger gemacht werden, ich meine, Star Wars hat das mit Visions gemacht und meiner Meinung nach was ganz Fantastisches geschaffen, hätte ja vielleicht hier auch klappen können, hat es für mich leider nicht. Ich glaube nicht, dass ich eine zweite Staffel gucken würde, auch wenn ich irgendwie bei dir bin, inhaltlich würde ich schon wissen wollen, wie es weitergeht, aber wenn ich überlege, wenn in der zweiten Staffel nochmal acht Folgen kommen, wo dann nur die letzten zwei irgendwie groß was passiert, dann muss ich mir das nicht angucken. Ja, ja, also zum einen, vielen Dank Johannes, du hast jetzt deinen dritten Star Wars Verweis gebracht, damit ist es Strike, du bist raus. Dafür bin ich da. Ich weiß. Nee, ich bin da eigentlich, was Terminator Zero angeht, voll bei dir. Ich finde es halt auch echt schade, weil wenn mal die Qualitäten wirklich zum Vorschein kommen, dann sind die auch richtig gut und vielversprechend und es ist halt irgendwie schon schade, dass diese, die größten Qualitäten in den letzten beiden Folgen kommen, weil die letzten beiden Folgen, die haben Zug, die haben, die haben eine Kraft, die sind interessant, die trauen sich ein bisschen, was sie sind spannend, aber halt der Weg dorthin ist nicht so beschwerlich, aber er ist schon mit einigen Längen geflastert. Deswegen, wenn jetzt eine Fortsetzung kommt und ich nehme mal stark an, das wird passieren, würde ich glaube ich zumindest mal reingucken. Auf der anderen Seite, ich kenne mich, ich habe jetzt noch Bock da drauf, vermutlich habe ich in einer Woche überhaupt keinen Bock mehr drauf, ein Beweis. Ich bin halt auch gespannt, wie Terminator-Fans diese Serie annehmen werden. Wir beide sind jetzt nicht die allergrößten Fans, das haben wir auch klar gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass es die eine Fraction gibt, die wird sagen, das ist der Untergang des Abendlandes und die andere wird vermutlich sagen, ja, das ist ganz nett, kann man machen. Ich kann mir aber aktuell nicht so richtig vorstellen, dass Terminator Zero vollumfänglich Euphorie bei irgendjemandem auslöst. Wenn doch, dann viel Spaß damit und freut mich, dass euch das gefällt. Aber bei mir ist es mehr so ein, ja, kann man machen, muss man nicht. Und das ist schade, weil ich hatte mir ehrlicherweise dann noch ein bisschen mehr von versprochen. Ja, also man muss auf jeden Fall sagen, dass es nicht so schlimm wie Genesis ist. Also ich glaube, den Tiefpunkt hatte das Terminator-Franchise jetzt ja schon, der ja wirklich so, also... Wetten nicht? Ich meine, es gibt bestimmt noch Leute, die ihn jetzt nicht so schlimm finden, aber ich finde, das ist wirklich schon, also so tief muss man erstmal wieder sinken und ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil ich glaube, erstmal kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Film nochmal kommt, weil irgendwie auch nach Dark Fate, der dann doch, der wäre ja nicht erfolgreich. Ich glaube auch Linda Hamilton war ja irgendwie frustriert danach und alle waren irgendwie frustriert und ja. Ja, also da kann man vielleicht noch reinschieben, dass ja vor zwei oder drei Wochen James Cameron sogar gesagt hat, er hat eine Idee für einen neuen Terminator-Film. Das wird er dann machen, wenn Avatar 9 bis 10 dann abgedreht sind vermutlich, also vermutlich gar nicht. Und was ich, das muss ich noch sagen, was ich wirklich Terminator Zero vollumfänglich positiv anrechne, sie versuchen halt so ein bisschen mal aus der Komfortzone, ist falsch gesagt, aber sie versuchen halt mal ein bisschen was anderes. Und alleine, dass du hier keine Spur von Arnold hast, ist schon viel wert, wie ich finde. Auch wenn ich, ich weiß nicht, hast du die deutsche Stimme von dem Terminator gehört? Also die Originalstimme von Arnold Schwarzenegg ist ja gestorben, ich weiß nicht, ist das die neue? Weil ich finde, die klang schon ähnlich. Fandest du okay? Also ich, ich meine, ich habe nicht so richtig darauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Ich habe sogar tatsächlich dann mal rumgeswitcht von Englisch auf Deutsch. Aber so richtig wie die neue Arnold-Stimme fand ich, klang sie nicht. Aber... Vielleicht habe ich mir das im Kontext auch einfach nur eingebildet und Erinnerungen sind ja... Ich bin mir sicher, wir haben Leute, die sich da ein bisschen besser mit auskennen, die können das gerne in die Kommentare schreiben, weil ich bin auch, was Synchronstimmen angeht, auch nicht so auf dem Laufenden, weil ich tatsächlich relativ viel OV schaue. Nicht, weil ich ein verdammter Cine-Hipster bin, sondern einfach, weil ich einfach OV schaue, weil es nun mal so ist. Punkt. Und das würde jeder Cine-Hipster sagen. Johannes, es gab eine Zeit, das war glaube ich so zwei Minuten und bevor wir den Podcast angefangen haben, da fand ich dich sympathisch. Und jetzt, jetzt wünschst du mir auch den Tag des jüngsten Gerichts an den Hals. So sieht es mal aus. Ich schicke jetzt den Terminator in die Vergangenheit, der soll dann deinen Großvater irgendwie umbringen oder so. Okay, okay. Ihr habt es hier gehört. Also wenn diese Folge verschwindet oder diese ganze Zeitlinie oder auf einmal hier eine andere Person sitzt, dann hast du Skiller den Auftrag erfüllt. Aber dann werde ich das hier nicht gesagt haben können. Es ist echt kompliziert in dieser ganzen Zeitreise und so. Das ist echt, echt, naja, okay. Ich würde sagen, wir haben alles gesagt, was wir zu sagen hatten zu Terminator Zero ab dem 29. August exklusiv bei Netflix. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite www.tele-stammtisch.de und wenn ihr euch sagen, wenn ihr uns sagen wollt, wie toll oder wie schlecht oder wie mittelmäßig ihr uns findet oder einfach mit netten Leuten über Film, Serie und anderes zerquatschen wollt, besucht uns gerne kostenlos bei unserem Community-Server bei Discord www.tele-stammtisch.de slash Discord und ja, da findet ihr auch den Johannes und könnt ihr dann sagen, boah Johannes, du bist voll gemein zu dem total tollen Stu, hör auf damit. Das könnt ihr da auch machen. Ich sage vielen Dank. Tschüss und dir lieber Johannes gehört trotz allem jetzt das letzte Wort. Tschüss. Ja, das Spannende wird jetzt noch sein, ob Terminator Zero in die Top Ten bei Netflix kommt, weil die letzten Netflix-Produktionen, die Stu und ich besprochen haben, sind alle in den Top Ten. Ich glaube sogar auf Platz 1 gelandet. Wir werden sehen, ob das passiert. Ciao, ciao. Ey, ganz ehrlich, sorry, das wird noch ausdiskutiert, was ist ausdiskutiert. Unter Garantie wird das Ding auch wieder in die Top Ten. Ich sage nicht auf Platz 1, ich glaube dafür ist es vielleicht dann doch zu speziell wegen dem Anime-Look, aber das wird bei der Serie Minimum Platz 5. Ich lege mich fest, das wird in der ersten Woche Minimum Platz 5 der Serie in Top Ten. Okay, ich bin da skeptisch, weil ich glaube tatsächlich, dass das Anime-Format da Leute abschrecken könnte. Ich glaube nicht, dass der über, also ich glaube, wenn der in die Top Ten kommt, dann in der unteren Hälfte maximal. Okay, der Verlierer muss schnellstest gucken. Verdammt. Ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gerne immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.